Musik An dieser berechtigten Stelle werde ich Musiker anhören. Hier ist es die Welt mit folgenden antiken Kulturen finden. Hier ist es etwas. Hier ist es etwas. Hier steht hier ein Stein. Oh nein. Oh nein. Wir müssen sie vergraben. Eine ganze Ansammlung. Ich hätte nie geträumt, so etwas zu finden. Jetzt weiß ich, wie sich die Wochen zu unterstützen wird. Schlimann-Fünde, als er Troja entdeckte. So. 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 Total reingehaut. Ja, so. Wir müssen sehr vorsichtig sein bei diesen Funden. Denn schon eine kleine Verrückung dieses angestammten Platzes kann verheerend sein für die Interpretation. So. 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 in 100 Jahren eine bestimmte Infektenart, dass das Wuchern von bestimmten Pflanzen sind. Diese Pflanzen hätten die ganze Erde nicht zu stören. Und es waren eben heilige Pflanzen, die vergleichen mit dem egyptischen Scarabemus, also wenn ihr das so sagt. Ich glaube, das ist eine Arachno-Rotica. Eine Arachno-Rotica. Eine Arachno-Rotica. Auch das weiß der Rote Stein. Also wenn sie mal meinen Spezialisten in Sachen... Ach, Arachno-Rotica. Fragen wollen. Bitteschön. Danke. Ich werde jetzt Steinpüße. Und dann ein Infektegelett einer Spine. Oh nein, das war die Kühleinland. Oh nein, das war die Kühleinland. Ich habe die Kühleinland. Und dann hat sich das mal die Kühleinland befinden. Ich habe die Kühleinland. Oh nein, wir haben die Kühleinland. Ich habe die Kühleinland. Und dann schaue mir die Kühleinland, ich will das nicht wissen. Sie sind jetzt hier in der Kühleinland, minha Kühleinland. Untertitelung des ZDF, 2020